Musik Willkommen auf der Sonnenseite des Böberwaldes im Dreiländereck zwischen Bayern, Tücheln und Oberösterreich. Unter den modernen, ausgestatteten Zimmern und Zwitten in verschiedenen Größen ist garantiert für jede Familie die perfekte Wohnmöglichkeit dabei. Professionelle Kinderbetreuung an sieben Tagen die Woche und zehn Stunden pro Tag. Unser Indoor-Funpark mit Klettertürnmen, Rutschen und Softplay-Labyrinth garantiert Spaß und Action bei jeder Wetterlage. Großzügige Turnhalle mit 360 Quadratmetern kann für alle möglichen Sportarten genutzt werden. Familien-Wellness-Bereich mit Familienbecken, Kinderbecken, Out-of-Ganz-Jahres-Pool und Baby-Pool. Panoramablick ins Tal. Erleben Sie die Natur des Böberwaldes direkt vor unserer Haustürung. Musik Lassen Sie sich in Ihrem Österreich-Urlaub mit kulinarischen Genüssen von uns verwöhnen. Wir achten bei der Auswahl unserer Produkte besonders auf Qualität, Frische und Regionalität. Das Angebot ist sowohl auf die kleinen als auch die großen Gäste ausgerichtet. Beauty und Massage – Zeit zu zweit. Tanken Sie Kraft und Energie mit unseren Massage-Klassikern oder mit besonderen Massage-Highlights. Wir begeistern Sie gerne mit unseren vielfältigen und abwechslungsreichen Behandlungen. In einem separaten Raum stehen Ihnen zwei Billiardtische zur Verfügung. Erleben Sie viel Spaß auf unseren Kegelbahnen. Unsere gut sortierte Hotel-Vionothek bietet eine Auswahl an österreichischen sowie internationalen Weinern und Spreldurgen. Bei stimmungsvoller Musik können Sie kühle Getränke in angenehmer Atmosphäre genießen. Familienhotel mit dem richtigen Eltern-Kinder-Wohlfühlfaktor. www.aigo.at